Irgendwo muss ein Schalter sein. Es kann natürlich auch sein, dass der Schalter erst später freigesetzt wird. Lass mal später erst hinkommen. Das kann natürlich auch sein. Muss ich mal gucken. Genau, wenn man nicht Strom angemacht hat. Das könnte nämlich sein. Gehen wir mal weiter. Boah, was die alles fressen können, ey. Wohl ne Witz. Aber hier sind schon wieder so komische Teile. Bitte nicht, ey. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, wie ich jetzt latsche. Ach, wie viel Kohle man hier auch kriegt. Im Endeffekt, weißt du. Mich hat gar nicht in Erinnerung, dass es so dunkel war. Weil teilweise ist es echt übel. Dann nimmst du vieles nicht wahr. Alles klar, Kalle. Macht das. Viel Spaß hier. Oha. Guck mal, die haben auch diese komischen Dinger oben auf dem Kopf. Werden auch schon kontrolliert vom Claptrap. Wow. Jep, das sind die Waffenkisten. Da können immer mega Waffen drin sein. S fellas watchen. Ja, ich weiß. Wow. Okay, der ist down. Ach, da kommen gleich Türme, Geschütztürme. Wie man da oben schon an den Laserstrahlen sieht. So, das erste stone. Und? Komm, Relat, schneller. Zweite stone, es fehlt nur eins. Okay. Puh. Oh, ich bin so stolz auf mein Geschütz hier. Da kommt schon gleich ein fetter Boss. Wie es aussieht. Ich weiß es halt nicht mehr, was hier an Bossen oder so kam. Das ist lange, lange her. Wie soll man denn sowas treffen, ey? Scheiße. Endlich. Fall. Ich blute. Ach, der ist auch down. Jetzt muss ich irgendwie da oben. Guck mal, die sind hinter dem Tor. Das ist natürlich die Frage, hier muss ich irgendwas machen? Ich weiß bloß nicht was. Das wie so ein Megastar geht. Aber ich bin hier anscheinend falsch. Der Wegpunkt zeigt auch ganz woanders hin. Das wird jetzt viel Sucherei werden. Ich muss die Strom anschalten. Ach, guck mal hier. Hier wahrscheinlich muss ich irgendwas machen. Aber wie komme ich denn da hoch? Ah. Scheiße ein. Oh, 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 oh. Alter Vater. Komm, lad dich schneller auf Schild. Spiel mit meinem Geschütz. Treffsicherheit, ja, treffsicherheit, hab ich keine. Danke für den Loot. So. Ist das Ende? Ah, guck mal, hier ist das große Auge. Wir sind nicht mehr weit von Klettrapp entfernt. Ah, das ist noch nicht angeschaltet. Müssen wir hier noch einiges machen. Hey, das ist noch nicht angeschaltet. Whoa. Äh. Oh, oh. Nein. Ach, die. Das sind die aus den Add-on-Kampagnen. Jetzt muss ich die ganze Typ noch mal besiegen hier. Ich weiß, ich kann mich erinnern. Wie gesagt, sterben kann ich nicht. Dank meiner Ausrüstung. Deswegen will ich das noch nicht wechseln. Aber bis wir das jetzt hier durch haben, das fängt auch an. Jetzt kriege ich auch noch die Stützungsfreunde hier. Warum spiel mal hier? Ich spiel hier mit meiner Knarre. Was ist denn los mit euch? Und da kommen die nächsten. Ja. Wow. Oh. 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 Wo ist er, wo ist er, jawohl, ich soll den ersten nochmal dauernd? Die ganzen Bosse müssen wir durchballern, das sind die Bosse aus der Addon Kampagne hier, es gibt vier oder fünf Stück und ich glaube wir müssen alle mal besiegen. Moment, das ist nur die Sonne. Shit. Ein kleiner Vorgeschmack was die Zeiten der Revolution erwartet. Wir sind die Club Tracks und wir sind viele. Viva la Revolution! Viva la Revolution! So und wie komme ich jetzt hier raus? Ich möchte doch noch wieder raus hier. Hä? Ach da hinten. Dann rennen wir mal da hinten rein. In das schöne rote Licht. Knopf, 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 Knopf. Dann wieder bin ich blind oder? Ach ne, da ist grünes Licht. Folge dem grünen Licht. Die Läden haben neues Inventar. Hier gibt es aber nur Money. Das heißt, das sollte schon auf den nächsten großen Kampf hin. Die man hier auch sieht, ne? Man kriegt hier jetzt schon einiges viel bessere Waffen. Und die werden von Mal zu Mal besser halt. Ah, guck mal eine Waffenkiste. Eine andere Waffenkiste. So, dann gehen wir mal wieder hoch. Ah, guck mal, jetzt müssen wir den großen Computer da irgendwie bedienen. Und hier ist eine Waffenkiste. Wow, blaue Waffen. Es wird besser. Grüne Waffen. Ausgezeichnet. Sie haben möglich gemacht, was mein Team für unmöglich hielt. So profitiert man, wenn die Erwartungen niedrig sind. Kommen Sie wieder her. Dann folgt Phase 2 von Operation Trap, Clap, Trap, Trap. Clap, Clap, Trap, Trap. Dann bist du bestimmt auch 50.000 mal rein, ey. Irgendwann wird auch gleich diese Stadt da überrannt. Boah, hier gibt's schon richtig geile Waffen. Kann man nicht wickern. Es kann eine grüne sein, es kann eine lila sein, es kann alles sein. Die Farbe ist nicht entscheidend. Entscheidend sind halt die Werte, weißt du? Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurück latschen, aber es gibt's jetzt eine Abkürzung wenigstens. So, eiern wir mal. Wow! Was geht denn mit euch ab, ey? Verpisst euch, ihr scheiß Viecher. Lass mich in Ruhe. Blödes, ich muss die Viecher jetzt killen, weil die mich sonst da runter schubsen. Und ich hab noch Rungenschaft bekommen. Ah, Shisha. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass diese Waffen hier, guck mal, die haben auch schon wieder mehr Damage wie ich. Also mehr Schaden machen die. Aber es geht hier wirklich um Zielgenauigkeit, Feuerrate und so weiter und so weiter. Du hast unten noch Boni drinne. Alle Waffen können gut sein. Das ist scheißegal. Es geht wirklich nur um die Werte. Hier mit dieser renne ich rum, weil die halt ein 24er Magazin hat, ne? Das ist... Ich mag halt MGs mit großem Magazin. Ach, guck, jetzt bin ich hier bei der Kiste. Jetzt bin ich gespannt. Oh wow, Raketenwerfer. Das ist auf jeden Fall besser, wie der, den ich habe hier, ne? Ja. Machen wir mal kurz einen Tausch hier. Der Mr. Raketu werde vor. 918. Sehr gut. Jetzt haben wir hier den Raketenwerfer. Einfach mal zurück. Aber jetzt haben wir es hier oben gewesen. Jetzt können wir schon nur straks zurücklatschen. Ach, der lange Weg, ne? Dass man sich nicht zurück teleportieren kann irgendwie an diesem komischen Stäben. Das finde ich schade, dass man wirklich immer zurück eiern muss. Wenn wir gleich in der Stadt sind und sicher stehen, werde ich mal ganz kurz AFK gehen, pullern. Ich muss pullern. Muss ich ganz groß Pipi machen. Ich hoffe mal, dass es noch kein Respawn ist, dass wir jetzt auch noch etwas, was aufhalten würde. So. Ist das da hinten schon der Ausgang? Jawohl. Sehr gut. Wird das jetzt hier gespeichert. Wir verkaufen nochmal. Wirkommel. Wirkommel.